Oh, Mensch. So werden also Eier gemacht. Eier. Guck mal, die... Ah. So wird da ein Schuh draus. Dann passt der Maiskorb, weil es den Bildern folgen hier rein. Und die Milchkanne passt hier rein. Okay, das Heu ist im Weg. Guck mal, das. Ah. Hm. Na, aus der Nase. Geht nicht. Aufs Pferd. Weg damit. Okay, was haben wir hier Schönes? Oh mein Gott. Creepy. Unheimlich. Jetzt wahrscheinlich nur ein Mal, aber es ist auch so, dass die Puppe mich anstarren. Hm. Glückwunsch, du hast den Plöschhasen aus einem dunklen Gefängnis befreit. Yay. Was haben wir hier? Das ist ein gutes Schöpchen. Das sieht ein wenig... Äh... Ah. Ich glaube, ich mache das Ding dann doch wieder an. Ich kann mich nicht in die Versuchung, es wegzuklicken. Hm. Drahtspuler. Ist das da ein Haken? Das ist ein Haken. Da fällt mir doch gerade was ein. Können wir doch mal genäht eigentlich... Okay, der Haken wäre drin, aber wie kriege ich den bis zur Münze an? Ja. So. Können wir mal, wenn wir jetzt hier lang gehen... Kommen wir hin... Wenn wir jetzt hier lang gehen... Soll ich den da... Soll ich den da... So, oh, die Spule dreht sich mit. Das ist ja interessant. Komm, Forest La. Ich weiß, der Draht rein, ich werde mal einen anderen Weg suchen müssen. Nicht lang genug. Es kommt also nicht nur auf die Größe an. Sondern auch auf die Technik. Hö, hö. So. Ah, wir gehen mal hier unten lang. Schauen wir mal. So. Das reicht auch nicht. Diese Technik. Schlimm, schlimm. Bleibt uns wohl also nur noch... ...der Weg. Auch nicht? Was soll denn das da? Dann gehen wir doch einfach mal hier lang. Alle Wege führen nach oben. Aber nur einer zum Ziel. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Cash. So, jetzt haben wir drei von drei Münzen. 15 Cent. Jetzt müsste es ja mit dem Telefonanieren klappen. Ja, dann blechen wir mal. Eins. Eins. Zwei. Drei. So. Dann wollen wir mal wählen. Zwei. Vier. Sieben. Zwei. Fünf. Acht. Ich bin gespannt. Bis jetzt? Aber das ist doch ein Notruf. Pff. Ja. Soviel dazu. Bitte was? Callback Service. Der Haus. Ich habe das Haus. Dieses Telefon ist mir ein wenig unheimlich. Nicht nur dir. Was haben wir hier? Hier sehen wir eine Kombination aus. Zwei. Sechs. Null. Eins. Kombination. Könnten wir nochmal hier probieren. Schauen wir mal. Ist das auch noch ein Panzerknacker? Okay, doch. Scheint das wohl zu sein. Schauen wir mal. Zwei. Sieht gut aus. Sechs. Null. Ne? Eins. Haha. Wir sind doch Panzerknacker. Was haben wir hier Schönes? Ein Foto. Ist das ein Foto? Was? Wo bin ich? Kann das sein? Bin ich etwas? Bin ich etwas? Hä? In dem Foto? Was haben wir hier Schönes? Ich glaube, seit ich das Foto berührt habe, ich habe das Gefühl, ich war in dem Foto. Okay, schauen wir mal. Das ist nämlich an dieser Wimmelbildspieler, die es mal bei Facebook gab. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Ich habe die so gehasst. Was haben wir hier? Es scheint eine Blume zu fehlen. Okay. Brille. Bin ich ein bisschen an der Blume zu fehlen. Oh, dann bekomme ich sie nicht aus. Ah. Blume. Das ist noch kein Trio. Das hast du gut erkannt. Nehmen wir noch den hier. Aber eine Marechi Band. Eine Schere. Schnipp, schnapp. El. Vielleicht das Name des Mariachi Trios. El. Trio de. Mariachi. Oder auch nicht. Keine Kerze. Kein Fahrschein. Was haben wir hier? Eire. Wenn ich das richtige Wort warte, brauche ich gar nicht erst daran zu versuchen. Schauen wir mal. Kerze. Kerze? Kerze. Sollte die Kerze anzünden. Nur womit? Der Faser steckt ins Auge, brennt auch. Aber das... Ja, schauen wir mal. Ein Buch. Noch ein Buch. Ein Zettel. Eine Hand mit fünf Ringen. Ob das ein Hinweis ist? Ich weiß nicht so richtig. Könnte sein. Haben hier offene Pudersaal. Libellen-Embleme. Eines Glühwürmchens. Libellen-Embleme. Glühwürmchen. Ich glaube, die Übersetzer in diesem Spiel hatten unglaublich viel Spaß gehabt. Ich weiß, Puderbundes kann ich hier vielleicht ganz lesen. Schön. Brauche ich einen Scheiß-Süssel für. Das Glühwürmchen-Libellen-Embleme. Der Schlüssel. Zu meinem Herzen. Pinsel. Puderdose. Ernsthaft. Ella. 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 Äh. 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 Älre. Älre. Whoopsie-Daisy. Wo ist ein Griff? Äh. Ach. Ah, das Seepferdchen. Das passt wie die Faust aufs Auge. Da haben wir... Ringer. Wir hatten auch hier die Zeichnung gehabt. Schauen wir nochmal. Rot, schwarz, grün, blau, orange. Rot, schwarz, grün, blau, orange. Rot, schwarz, grün, blau, orange. Das ist orange, das kommt hierhin. Rot, kommt hierhin. Wo ist rot? Rot, 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 rot. Rot. Dann kommt der Schwarze hierhin. Ach, ist das grün und blau? Oder war es blau und grün? Schauen wir mal. Ha! Was haben wir hier? Joa, Feuer. Läuft. So, so muss man die Brandecatze, die fehlt. Ha, gewünscht. What the fuck? Whoopsie. Papercard. Das ist bloß nicht AdWords sehen. Oh mein Gott. Was ist hier los? Ist da jemand? Oh, Money, Money. Ich will die Money haben. Verbannt. Den könnten doch unser Hanky Tanky brauchen. Schauen wir mal an. Oh mein Gott. Was bist du, blind? Keine Verlust. Das bedeutet, dass du hier raus musst. Ich glaube, der würde kein Lip-Sync-Battle überstehen, so wie da aussieht. Ich will nicht weiss, ob du in einem Aktivität bist. Du bist so dumm genug, um hierher zu kommen. Das ist dein Problem. Vielen herzlichen Dank, Mister. Hm. Ich war so froh, als der Besitz des Motels auf mich zukam. Aber er war richtig ungehobelt und hat mich rausgeworfen. Warum will er nicht helfen? Begreift er nicht, in was für einer Situation wir uns befinden? War? Was war denn das? War ich wirklich in dem Foto? Und was noch unheimlicher ist. Ich dachte wirklich für einen Moment, ich sei das kleine Mädchen und würde in den Sachen meiner Mutter rumkramen. Oh yeah. Wir sind hier. Ach, wir haben ja den Verband. Wollen wir mal bis der Hank zur Hilfe kommen. Hang, du lebst noch. Hier, nimm das. Kann ich dir haben. Beide. War da ein Auto da oben da oben? Wie steht, dass ich bewegen kann? Du solltest gehen und schauen. Es könnte unser Ticket rauskommen. Schuh. Hier. Ach. Ich führe das so lustig. Ach. Wir dürfen nicht... Uuh. Das Auto. Ach. Hauptstellung, eine Frau am Steuer. Ja, Spaß beiseite. Oh. Ich möchte mich bei allen Feministinnen herzlichst entschuldigen. Hilf uns! Bitte, save mein Baby! Ah! Es gibt keinen Weg raus! Das Auto wird aus dem Brot, wenn ich mich bewege! Ah! Es gibt keinen Weg raus! Das Auto wird aus dem Brot, wenn ich mich bewege! Aber wie? Bitte. Ein Karabinerhaken? Ah! Es gibt keinen Weg raus! Das Auto wird aus dem Brot, wenn ich mich bewege! Ah! Ich kenne das schon mal einen guten Anfang, aber so kann ich sie nicht an dem Auto befestigen. Das stimmt wohl. Hm. Machen wir mal mit dem Karabinerhaken. Magik! Vielen Dank! Wir wären beide tot, wenn es nicht für dich war. Tsch!